BAM! Servus Leute! Also seit ich damals angefangen habe mit den Videos Ja, konnte ich dann nicht mehr weitermachen, weil ich selbstständig bin und echt so viel zu tun habe und mit Familie und so. Ich komme halt echt zu gar nichts Und aber jetzt geht es wieder ein bisschen weiter. Ich weiß es gibt da draußen immer Videos so kaputter Wohnwagen, yeah und hier jetzt ist alles neu und wow und cool und Wahnsinn Bei mir ist das fucking echte Leben Das heißt ich habe angefangen den Wenn ihr die ersten Videos gesehen habt Wie ich den gekauft habe, total zerstört Wasserschaden, dann habe ich alles komplett rausgerissen, dann haben wir neu aufgebaut, Sachen repariert, wieder zusammengesetzt und Ja, aber Eigentlich sollte ja das Video dann so ein wow, alles schön, alles toll, wow, thumbs up und geiler Wohnwagen Geiles Projekt hast du super gemacht Und so weiter so ist es hier nicht Hier ist es so, ich habe angefangen zu bauen restaurieren Ich habe dann zwischendrin aufgehört Weil ich einfach keine Zeit mehr habe, dann kommt wieder der Wasserschaden, dann reißt es wieder raus und so ist das Video hier Also auf meinem Kanal ist der real life Real shit Das dauert jetzt echt schon Keine Ahnung drei Jahre oder vier Jahre Und ich möchte jetzt echt schauen Dass ich das Ding irgendwie fertig bekomme Und hoffentlich damit Dass wir jetzt dann in den Urlaub fahren können Hoffentlich Drückt alle die Daumen, gibt die Daumen nach oben Motiviert mich Das ist halt einfach so eine Sache, da brauchst du halt wirklich Stunden um Stunden, Tage um Tage Die ich eigentlich einfach nicht habe Aber ich habe das Ding nun mal jetzt Und ich möchte es jetzt fertig machen Und so geht es jetzt hier weiter Mit Weiter bauen, weiter reparieren Bis er fertig ist Ja, so ist der Plan Jetzt muss ich das hier wieder raus bauen Das schaut so aus wie auf der Seite Das habe ich schon raus Dann kommt das nochmal weg Dass ich das Fenster Abdichten kann So ist der Plan heute Ja, weil hier sieht man Das Schimmel Aber nicht hier oben Das heißt hier oben Also ich habe gut abgedichtet Aber das Fenster nicht Also mache ich das jetzt erstmal ab Dass sie ans Fenster rankommen Erstmal das alte Holz nochmal abmachen Und dann nochmal neu aufdichten Also auf der Seite von damals Alles tipptopp Aber die Seite Muss gemacht werden Auf jeden Fall Aber So jetzt beim Auseinanderbauen Nicht mehr überlegt Okay, jetzt Dass ich das dann als Schablone nehme Und das einfach in einem Stück dann bauen Ja Das ist der Plan Also ich baue das jetzt mal weiter aus Und dann schauen wir weiter So, hier kann man sehen Der Schimmel Ich vermute, dass es wirklich vom Fenster kommt Weil es geht nicht höher Hier oben ist alles trocken Das heißt das Wasser kommt von außen Sammelt sich da Und dann kriecht es hier rein Und macht das ganze kaputt Das ist noch hier Das heißt die ganze Wand hier komplett Muss nochmal weg Und dann Ja nochmal aufbauen Schimmel braucht man hier drin nicht Na ja Dann machen wir mal ab Ich habe jetzt entschieden Dass ich nicht alles weg mache Sondern nur Praktisch bis hier Wo halt Feuchtigkeit wirklich drin ist Habe ich mir jetzt so eine Leiste hingeschraubt Und an der tue ich mit dem Cuttermesser Immer wieder ein langfahren Dass ich praktisch einen schönen Cut habe Okay Oh Schon mal mehr absıyorlar Okay. Hier kann man richtig nice sehen, dass es wirklich von dem Fenster kommt, weil die Latte ist noch leicht feucht, also habe ich den Übeltäter schon wieder gepumpt. Das heißt, Fenster nochmal richtig abdichten. Jetzt, man sieht auch, wie es so wirklich von hier unten nach oben kriecht. Hier oben wird es dann langsam trocken. Da habe ich damals schon richtig massiv schön hingebaut wieder. Aber wenn das nicht dicht ist, dann in 2-3 Jahre ist das ganze Ding wieder am Arsch. Also das A und O wird nicht abdichten. Ich habe es abgedichtet, aber nicht gut genug, dass hier das Wasser reinkriegt. Also hier kann man sehen, da scheint schon ein bisschen Licht von draußen durch, also nicht gut abgedichtet. Oder ich habe es nicht abgedichtet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss es gemacht werden. Und hier kann man ganz gut sehen, dass es echt notwendig ist und dass es von da kommt. Also, die gute Nachricht und die schlechte ist, also die gute ist, es kommt von da. Die schlechte ist, ich habe damals glaube ich entweder nicht abgedichtet oder falsch abgedichtet. Auf jeden Fall, ja es ist zu reparieren, überhaupt kein Thema. Das ist halt immer Arbeit. Ja, also weiter. Also, jetzt die Leiste da hingeschraubt. Dann mit einem Cuttermesser, dass man nicht hier die ganze Wand verreißt. Viele machen da und reißen das komplett weg. Aber hier oben ist es trocken, also warum sollte ich es wegmachen. Deswegen cutte ich hier mit einem Cuttermesser. Das dauert halt ein bisschen. Dann einen Schnitt machen. Und dann immer wieder durchziehen. So, nochmal ein Stück füllen, sauber und gerade abschneiden. Dankeschön. ... ... ... ... ... ... ... Okay. Und wie rustig die Schrauben sind. Das kann man sehen, aber ich schaue nicht mehr da hin. Jetzt sieht man gar nichts, wenn es Licht ist. Das kann man hier. Die Platten kosten nicht die Welt. Mega aufwendig. Naja, ist es jetzt auch nicht. Also lieber rausreißen und alles nochmal schön machen. Okay, ich reiß das jetzt noch weg. Da braucht er ja eine Zuschauer. Denke ich. So. Die von damals werden das noch kennen. Wenn ich das wieder repariert und zusammengebaut habe. Wieder neu aufgebaut. So sieht es jetzt aus. Ich werde jetzt die ganzen Splitter noch weg machen. Wahrscheinlich den unteren Teil hier komplett nochmal weg. Dass ich das da hinten komplett auch nochmal weg machen kann. Und die Wand halt dann nochmal neu aufbauen. Dann sauber das Fenster abdichten. Und hoffentlich ist es dann erledigt. Weil von außen kommt normalerweise nichts mehr rein. Das habe ich damals, also letztes Jahr gemerkt, dass Feuchtigkeit rein kommt. Dann habe ich außen nochmal abgedichtet. Gibt es da glaube ich auch ein Video. Jetzt ist es hier drinnen eigentlich trocken. Also in der Ecke. Und das Fenster natürlich nicht. Das bin ich ja jetzt dran. Aber die Ecke ist trocken. Und das Fenster muss jetzt abgedichtet werden. Dass hier alles komplett trocken bleibt. Das ist der Plan. Das muss jetzt raus. Habe ich eigentlich keinen Bock. Aber naja. Machen wir halt. Ähm. Was auch neu ist. Vom Kumpel habe ich echt. Habe ich Batterien bekommen. Für mein Solar System. Also. Praktisch autark. Das ist ja hier alles weg. Das habe ich jetzt praktisch hier in den. Ja. Anschlussteil. Anschlussraum. Weil hier kommt ja die Toilette. Und ein bisschen Badsachen rein. Strom. Gekasper ist alles jetzt hier unten drin. Mit Solarpanel und so weiter. Wird dann hier drin verbaut sein. Dass hier die ganze Elektrik ist. Für den ganzen Wohnwagen. Da geht dann hier die Leitung. Wenn ich dann hier hoch. Und dann alles versteckt. Schon sauber. Aufgeräumt. Verstaut hier. Ja. Jetzt mache ich mal das weg. So. Zwischenstand. So sieht es jetzt aus. Ich habe alles weggemacht. Hier ist der Kasten. Und jetzt noch sauber machen. Hier war mal feucht. Ist nicht mehr. Aber trotzdem sauber machen. Wahrscheinlich werde ich die Flex holen. Erstmal jetzt mit der Spachtel. Und dann mit der Flex nochmal. Und Schleife. Exzender nochmal alles anschleifen. Abschleifen. Ja. Ja. So. Die Scheibe habe ich jetzt ausgebaut. Und die ist kaputt. Kann man sehen. Da ist gerade kein Licht. Weil ich hier Zug gemacht habe. Weil die Scheibe raus habe. Und jetzt hier zugeschraubt. Und von außen eine Folie hingeklebt. Weil ich mich erst um die Scheibe hier kümmern muss. Man sieht doch. Das ist auseinander. Also die brauche ich nicht mehr einbauen. Die ist fertig. Die hat hier Risse. Und vielleicht ist da durchs Wasser auch rein. So kleine Risse. Ja. Lohnt sich nicht mehr einzubauen. Die werde ich jetzt mitnehmen. Dann Maße nehmen. Eine neue zuschneiden lassen. Und dann. Ja. Ja. So sieht es jetzt aktuell aus. Kann jetzt gar nicht weitermachen. Muss erst die Scheibe gemacht werden. Aber ja. Kein großer Aufwand. Einfach zuschneiden. Eine neue. Und dann einsetzen. Und dann geht es weiter. Also. Bis zum nächsten Video. Hier ist jetzt erstmal Schluss. Mit dem Fenster. Abdichten. Draußen ist Folie dran. Und jetzt muss ich mich erst darum kümmern. Also. Bis zum nächsten Video. Ciao.